moin moin und das sind wir wieder zurück so weiter hier in diesen schaufte hüllen also ich pulse immer auf einen fleck es es ist nicht erwartet wenn ich das meinem tribun erzähle glaubt ihr ich hätte was so bevor wir runtergehen haben alle wer nicht hat und bei dem das noch lang dauert einfach gg und gerät sind hat ne passte eigentlich alles ja bist du vielleicht etwas weiter weg vom mikro ich sehe das jetzt wir sind sowas als erstes holz zu denen auch gleich das man schneller dabei So, da war der eine. Das war beeindruckend. Hey, auch geschafft. Sehr schön. Sollte auch eine Truhe mitnehmen. Okay. Reck und retten oder kurze Pause? Ja, eine kurze Push-Pause wäre cool. Ja. Okay. Dann bis gleich. Bis gleich. Ich geh mal zusammenfügen. Dann kann ich nur kurz vergessen. Ich hab jetzt noch nicht mit der Aufnahme. Ich glaube die zwei Minuten. Die gehen da mit rein. Da kenne ich nichts. Die beiden Brunnen eigentlich immer direkt hintereinander. Dann kriegt ihr... Dann drücke ich normalerweise noch ein Siegel durch, dass die Sägen nochmal um drei Sekunden verlängert. Wird ihr den Schadens-Output deutlich erhöht. Ja. Im Moment stehe ich eigentlich relativ häufig mit. Das brauche ich... ... 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 an ... ... ... ... Das seid ihr ja, wir haben schon ohne euch angefangen. Ich bin sicher ihr freut euch über das Wiedersehen. ihr habt eure ergebenheit eurem könig gegenüber bewiesen indem ihr geholfen habt diese runde aufzuspüren nun festigt eure treue führt den angriff an dass durch die stadt laufende wir machen wieder ordentlich was weg hier oder wenn wir da schon hier sind so sind denn hier die nächsten dorfbewohner so so wenn das immer mehr kann eigentlich nicht sein das heißt doch eigentlich das dorf da hinten gar nicht so hier ist wieder so ein so ein so ein teil weil hier auf diesen nebel die dinger die ich gar nicht benutzen kann einmal besettet das seine cooldowns komplett ok repariert deine rüstung also recht praktisch ist das ich bin euch dankbar dafür ich bin euch dankbar dafür die tief wir euch in meine poschungsarbeit verlängst oder so da hinten hier elite sonnenschwer sandbanner das ist der erste ok das ist nur aus euch geworden wir sind keine feinde gut möglich dass ihr das nicht tun reicht doch vergisst nicht das wird nicht sein echo das was ihr hier tut hat keinen Einfluss auf die geschichte tut einfach was zur stabilisierung des krankes erforderlichen wenig um spektaklen mehr trotzdem eurem könig gefällt es mein wahrnehmungsvermögen ist unbestitten ich hatte gleich das gefühl ihr würdet euch euren neuen aufgaben mit nachdruck widmen also bevor diese sonnenschwere ein ewiges leben in dienste ihres königs führen können müssen sie sterben ans werk tötet sie ja machen wir doch und bringen sie zu uns oder müssen wir bündet sich den tot ab oder müssen wir ihn bringen und bringen sie zu uns um kürtet sie aber wir können die oric sind da in der mittel das sind aber einmal löffel ja also wirklich einmal darf schon einmal im mund setzen die schüsse nur große nach vorne alle älter wir sind jetzt gezielt tot oder natürlich so und jetzt links und rechts jetzt müssen wir wieder zurück und hier die kreuze weg machen da kommen wir nicht nur nicht mehr außen rum glaube ich hier hoch springen ich habe jetzt mal selber kannickel ich weiß nicht wer ihr seid verräter aber ihr habt ja die wieder mal hinweg gehen ja das sind die auf die beine wieder auf die beine danke aber war da ich habe das ja auch noch einmal gemacht oder zweimal habe ich das gemacht ich habe mich auf dem level von daher weiß ich gar nicht ob man auf dem level etwas anders weil da drüben ist er irgendwo mal hinten lang wir sind zumindest gegner kann also nicht ganz so verkehrt sein ja da kommen wir hin hier rüber woher ist man am boden liegenden was war das denn von euch wahrscheinlich hoch wo ist das rote x ist doch ganz recht auf der map naja hier hoch sieht doch gut aus also hier rüber der komische joko sagte doch springt über die dächer es sagt künfer oder lachen wir ja schau schau so hier waren das ist der helfer hm boah echt ne nein ach ach man wie komme ich da jetzt hoch da bin ich aber abgeschwinkt auch nicht scheiße scheiße ach jetzt lege ich hier dort stehen hier an hier den veteran ja mache ich da bin ich bei so kommen wir denn da da kommen wir nicht hoch das geht das geht das nicht außen rum ja 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 hier links rum da wo ihr eben wart da wo ihr eben wart hier ich denke alle da müssen ja und lichter den outfit gehen dann kann das bauen da eigentlich porten können sonst was eigentlich nur den letzten boss hier umbringen ja da ist in einer ja hier hinten ja das sieht man doch nicht ja sofern es geht aber sie kommen da nicht ja ich probiere zu drücken ich fliege mehr als dass ich alle geister stellen wir sind gerade im cool dann Oh, 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 whoa, whoa, whoa. hoch 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 stone so ist denn jetzt ein oder wieder da oder ja ja okay runter was wir jetzt ich sehe dich gerade nicht mittendrin so ich bin wieder ausgestürmt jetzt wieder eine tage also wenn sie eine tage kriegt dann bitte tage ich glaube ich glaube ich habe alles grün komischerweise grün ja die feinde also ihre hauen zu tun müssen erst gekillt werden das original anschlagen aber jetzt bin ich auch noch verwandelt wenn ich weiß wo das original ist keine ahnung wo das hier vielleicht da das ist ja unverwundbar jetzt bin ich schon wieder verband das hier nehme ich an mal gucken ist irgendwas anderes irgendwas anders ich bin ja schaden als die mutter der illusion verleihe deine stärke ui katz ja ja so jetzt hier links rüber okay jetzt wieder runter die erde soll euch schlucken die erde soll euch schlucken aber er maler nicht nicht diesen scheiß elementar da der ist völlig wurs ok das die monsieur schon vier den noch vier es klar Jetzt da hin. Mhm. Jetzt. Jetzt wieder. Ja. Out. Ah. Ja, die. Könnt ihr das jetzt sehen? So, dann eben jetzt hin. Da. Oh. Yeah. Brent, bleiben soll sie. In dem Augenblick, als ihr euch dem Licht hingegeben habt, waren eure Leben verwirrt. Sterbt. Leidet in alle Ewigkeit. Ja. Ja. Okay, hier unten. Hm. So. So. Noch eine. Das ist wirklich nur Priesterin. Die hat ja alle zur Verfügung. Ja, die bringt's ja alle um. Hö, das krieg ich schon mal. Hm. Ja. Also eigentlich, du bist ja hier echt erwähnt. Es fehlt noch. Und wieder zu sehen. So, da hinten noch. Hallo zusammen. Oh. Autsch, 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 Autsch. Wir werden mit dem Urfrustvergehen verräter. Wir werden mit dem Urfrustvergehen verräter. Eure jämmerlichen Götter bieten euch keinen Schutz, Amala. Jetzt schwört mir einfach die Treue und ich erlaube euch, mir lebend zu dienen. Boah. Ich schwöre, den Sonnenschweren die Treue. Ihr werdet mich schon ermorden müssen, Geisel. Ich habe nichts anderes erwartet. Ganz wie ihr wollt. Und jetzt erhebt euch, Hänkerin Amala. Nein, kämpft Amala. Ergebt euch nicht. Vernichtet diesen Abschaum im Namen eures Königs. Jawohl, mein König. Alles ist verloren. So, schauen wir noch kurz. Bäm. Das waren Iron Man Landungen. Sie sind nicht mehr am Leben. Ihr habt euch alle einen weiteren Tag. Das ist der Hänkerin. Doch die Jagd geht weiter. Die Sonnensperre müssen ausgelöscht werden. Allesamt überall. Oh, ist sie ein Derwisch oder was? Außen, ne? Ja, mit Sense und den verschiedenen Formen. So, an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Eine etwas längere Folge. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.